Hallo, hier ist Schwarzes Blut, der Podcast der Stadtbibliothek Rostock. In den nächsten Minuten nehmen wir euch mit auf eine Reise. Nehmen euch mit auf Abenteuer und beantworten dabei die kleinen und die großen Fragen des Lebens. Was kann ich in den Ferien unternehmen, wenn ich nicht wegfahre? Was bedeutet das für mich in Rostock, wenn der Meeresspiegel steigt? Und was kann ich dagegen tun? Warum wird mein Apfel aus Neuseeland geliefert und nicht in Vorpommern angebaut? Und woher weiß ich, wer oder was ich werden soll? Wir präsentieren Medien von und über Menschen, die Probleme neu denken und Lösungen aufzeigen. Denn Bücher, Musik und Spiele stecken voller guter Ideen, wir müssen sie nur aufspüren. Denn jedes Mal, wenn wir ein Buch aufschlagen, erwacht die Tinte darin zum Leben. Wir sind Schwarzes Blut, der Podcast über Medien und Menschen, die uns Mut machen. Musik und Spiele, 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 Musik Vielen Dank.